Ich bin genauso die Schuldenarm. Als ihr Vater uns verlassen hat, hat sie sich völlig von mir zurückgezogen. Mit viel Geschrei habe ich aber versucht, sie zu erreichen. Als sie dort in der Pubertät kam und der Mut hat aufgebracht, sich auch tätig zu werden, ist es völlig eskaliert. Mir ist nichts anderes übrig geblieben, als auch mutig zu sein. Und ich habe Hilfe gesucht. Melden Sie sich frühzeitig. 031 321 6302 Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da.